Der Name Uechozingo, der auf Nagotl die Bedeutung Order Kleinen Weiden hat, geht auf sein großes Naturerbe zurück. Seine Ehrhabenheit verbindet das Grün seiner Flora mit einem 800 Jahre alten Kulturerbe, das dank der Nähe zur Hauptstadt des Bundesstaates Puebla zahlreiche historische und architektonische Schätze beherbergt. Ein Beispiel dafür ist das ehemalige Kloster San Miguel Arcangel, das zum UNESCO-Weltkulturerbe gehört. Das Kloster besticht durch seine Kapellen, Fresken und Altarbilder des flämischen Künstlers Simon Perens. Im Innenraum zeigen die mehr als 200 Gegenstände des Museums der Evangelisierung die reiche Geschichte des Ortes und sind ein Zeugnis der Kolonialzeit. Die majestische Kirche Nuestra Signora del Carmen glänzt mit ihrer imposanten Fassade und ist im Inneren mit vergoldeten Altären, religiösen Gemälden und Skulpturen geschmuckt, die ein lebendiges Zeugnis der Geschichte und Architektur der Kolonialzeit sind. Tauchen Sie in die Geschichte, Kultur und Spiritualität von Huejo Tzingo ein und lassen Sie sich mit Reisen von mehr als 200 Jahren Geschichte umgeben von einer unvergleichenden Schönheit.